Aare-Freibäder Entlang der Aare locken im Sommer in mehreren Gemeinden Schmuckebäder mit direktem Zugang zur Aare oder bieten in abgetrennten, mit Aarewasser befüllten Anlagen eine kühle Erfrischung. Dem Badespaß bei heißem Sommerwetter steht also zwischen Thun und Bern nichts im Weg. Das direkt an der Aare gelegene Freibad Lorene lädt zu einem erfrischenden Bad in der Aare ein. Hier fließt das Wasser dank einer baulichen Abgrenzung zur freien Aare etwas langsamer und es ist der ideale Ort für einen gemütlichen Sommernachmittag. Aber auch hier gilt, Vorsicht beim Schwimmen in der Aare. Familien kommen dank einem Kleinkinderbecken und einem Kinderspielplatz auch auf ihre Kosten. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020